Herzlich Willkommen zur weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen heute weiter mit Bunker Verdichten. Leider war letzte Folge praktisch umsonst. Durch den Absturz habe ich den Spielstand verloren und im Prinzip habe ich kurz noch was nachgeholt und jetzt gehen bei und verdichten weiter. Das machen wir selbst bevor wieder abstürzt. Ich habe mir gleich die Gewichte zugekauft, je 2.000 kg. Soll das verdichten, sondern schnell gehend. Hoffe ich jedenfalls. Ja, dann haben wir die Nacht gleich mal ein bisschen beschleunigen auf 30. Und hoffen, dass wir jetzt keinen Abschluss kriegen. Ja, Lenkung funktioniert jetzt. Ja, unser Maisfeld, ja, brauche ich eigentlich pflügen. Aber das machen wir mit dem Hellen, das ist nicht so tragisch. Wir machen mal zuerst die BGH zu, dass wir hier unsere Ruhe kriegen. So, ob er mit dem Gewicht ein bisschen besser ist, dass es schneller geht. Also, wenn wir jetzt kurz versuchen, dass wir die alten Löschen Äh. Speichern. Äh. Na ja. Äh. Äh. So, ob er in meinem Spiel ist, dass wir jetzt den Ball mit dem Spiel haben. macht keinen scheiß Polo ist eigentlich normal, wenn ein Speicher rauskommt gut Glück gehabt vom Weg normal, naja so, heißt wir fahren jetzt wie vorne los ein bisschen weiter vorne fahren beginnen hier würde ich nicht so weit fahren, damit wir wieder aussammeln können dann rückwärts nach Möglichkeit auch im selben Kurs bis zurück hinterm Pfeil Rückwärts fahren wir enten Aufnahme enten Abfahrer einstellen müsste eigentlich jetzt funktionieren also eigentlich ihr wisst ja eigentlich das erste mal fahren wir mit mit Absicht mache ich nicht gerade links und rechts viel hin, weil ich denke, naja falls wir da ein bisschen Verluste haben dann ist das nicht allzu viel dann werden wir damit leben können müssen das können wir nicht ändern leider aber was solls ne ja ich stehe bis zum über die knie das funktioniert nun hoffen hoffen dass es auch entsprechend nachweilen fertig ist so wir holen uns jetzt erstmal den anderen Anhänger wieder mal ab abschutzen schön den werden wir hier vorne weg fahren dann steht das oben wege so wenn wir da ein bisschen anhängen geht zum glück automatisch den stellen wir jetzt einmal äh neben silo den sieht man sehen würde ach so gut das liegt ja auch noch nun ist egal nun ist das auch wurscht ja warum man nun genau abstürzt das weiß ich nicht also also es wird Zeit dass ich mich auch noch aufräume also das ist allerhöchste Eisenbahn im grunde wenn ich alle Arbeiten erledigt habe ich könnte es eigentlich schon bald tun also neuer LS wäre die Rettung gewesen aber dann hätten wir nämlich alles neu gehabt beziehungsweise noch keine gegeben jetzt müssen wir leider manuell eingreifen natürlich je mehr Mords da raus sind umso schwieriger wird es also je mehr Konflikte gibt es ne da da auf und nehmen leichten Anhänger mit der rechts steht der links steht links so ob mir alles gut geht ne man weiß ja immer nicht ne jetzt haben wir ja dreiviertel drei ich schaue mal gegen sieben Uhr wenn es heller wird dann werden wir wieder ein bisschen auf den Marsch gehen auf die Normalergeschwindigkeit über siebener heller naja eher halb acht ne Mitte Herbst wann ist das Oktober ne ungefähr der da gibt es noch laue tage richtig warm kann man sagen ne golden Oktober schön werden aber auch schon frost geben nacht frost ist dann auch schon möglich ok sogar schnee im extremen fall aber gut bleibt nicht lange liegen ne also da sind wir wieder so soll man abspeichern so ha 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 im brandmarkt obwohl es ja nichts passiert ach ne nein rückwärme keine was genau ist los so zurück gespeichert naja das ist arbeitdings hier cosplay das ist nicht äh naja normalerweise macht das nichts aber in dem fall schon wir sammeln auf das haben wir jetzt vor und zwar genau hier vorne an der Kante plus x da nur so ein paar cm mehr so gehen wir mal vorne mal schauen ob wir jetzt gleich hinterher düsen können ob wir da hoch kommen ne das war die andere Frage wir haben gerade die Steigung ein bisschen äh versaut beziehungsweise die Kante weggenommen das kippt man daneben ab und fahren vorne wieder runter nachdem wir hier mal so stehen liegen lassen haben steckt steckt verkehrt fest kannst ruhig fahren keine angst tut mir nix denn wir müssen ja die die Lage von äh was die da den häckselgut hier mindestens aufsachen sonst da liegt uns ja ewig voll Füße so so das ist ja die die der 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 oder reifen irgendwo am hänger und das passiert gerade gehört aber wir sind doch keine hühner draußen Zuggespenster gehört Zeit, dass ich Pause mache so, wir sind weggeräumt gleich ein bisschen mehr wegnehmen ja, so stehe ich in der Woche auf wenn ich zum Frühstück fahre kommt Freude auf nächste Woche kann ich ein bisschen ausschlafen bisschen, bisschen länger haben wir schon schlafen so das haben wir gut weggeräumt APB die passt schon so nur verdichtender Bruder und hier vorne noch ein bisschen ja, ganz früh habe ich mal nass geschlafen, davon nämlich Abstand also hier ein Spiel also zur Ruhe gelegt in Anführungszeichen weil das einfach im Dunkeln bisschen blöd arbeitet aber seitdem die Tiere gestorben sind mache ich nicht mehr es gibt ja neuerlich das ist ja ein Update was jetzt am tiefsten da ist also es könnte sein, dass ich jetzt wieder machen könnte aber irgendwo bin ich ja jetzt vorsichtig denn wir haben viele Schweine und viele viele Kühe und das wäre ja ja mal schade wenn die uns jetzt verrecken würden also hier vorne ist es gut dann fahren wir noch auf den Rest und zwar in der Mitte wenn es geht zumindest rauf ja dann müssen wir hochklappen ob der mich nicht ziehen könnte das wäre für den ein klacks nach den großen Reifen aber jetzt macht der gerade eine Bahn fällig für mich so streng die die melderstrecke im verkehr fest nee das gibt es gar nicht jetzt wo ich da ah das gibt es gar nicht jetzt fährt er mir wieder einen Haufen ich fände über die hälfte raus das personal von früher gibt es auch nicht mehr so haben wir hier runter die hälfte mit so ich bin gespannt weil ich haufen macht wir sind ja prozente machen wir gleich anders das machen wir gleich selbst die 4 prozent schaffen wir auch noch bevor wir das riskieren machen wir die Anführungszeichen fix ist gut ich bin begeistert wenn es so funktioniert also die gewichte sind auch nicht klasse einfach zu tief haben wir hier rüber brauchen nur 3 prozent im grunde kann man fahren wenn man will das egal ob so die fahren die hin und her fahren müssen wir stehen geht nicht 2 noch ja halb 8 noch nicht hell du wahnsinn 98 99 99 doch jetzt haben wir ein prozent geschafft so die schauer das soll es gewesen sein ich danke fürs reinschauen dann sage ich mal schüss und winke winke oder wie immer einfach schüss tschüss tschau tschau ja man hören sie sich hört und siehlt sich vielleicht zur nächsten folge tschüss 3 prozent machen wir noch bei der festgefahren hopp aussteigen und r und wir haben es geschäft tschüss tschüss sie ех